Hallo Facebook, hallo YouTube, wir befinden uns so langsam auf dem Weg zum Finale, was da noch kommen mag. Anscheinend sind wir geistesgestört, denn unsere Freundin ist eigentlich tot, aber das war auch irgendwie klar. Ich habe mir da nichts erzählen lassen und jetzt geht es für mich irgendwie, ich denke mal, so Richtung Bossfight los. Boah, das klingt auf jeden Fall schon mal danach. Das nächste, was ist, unsere nette Freundin, die wir die ganze Zeit beschützt haben, die uns tausende von Aufgaben gegeben haben, weil sie sie nicht selbst erledigen konnte, ist auch nicht auf unserer Seite oder ist auf unserer Seite. Keine Ahnung, sie will den Marker wieder zurückhaben, kann das alles auch den Marker auf einmal ohne Telekinese bewegen, was wir natürlich nicht konnten. Ja, etwas unlogisch, wie mir scheint, aber okay. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt unglaublich viel Munition, wahrscheinlich noch Energie, ja, um, ja, wahrscheinlich gleich irgendeinem großen Vieh oder der Tussi ziemlich in den Arsch zu treten. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist, den Knoten. Es fehlt noch eine Werkband, liebe Entwickler. Ja, wo ist die Werkband, um hier optimalst bauen zu können? So, die 1 ist wahrscheinlich, nee, ist nicht geladen. Jetzt ist sie geladen. Okay, da kann der her, okay, und hier geht es zum Speicherpunkt. Speichern ist eine sehr schöne Sache. Kurz vorm Ende, Todraum, ja, Dead Space, schön übersetzt natürlich. So, dann wollen wir mal. Das ist jetzt die Frage, was brauchen wir? Egal, was ich nehme, ich nehme es Falsche. Gucken wir erstmal, was wir am Rig machen können. Mehr Luft brauchen wir nicht, wir haben vier, dann machen wir das Rig voll. Oh Gott, Freddy, es war so blöd. Und, ja, ist mir egal, Kapazität ist hoch, Nachladen ist hoch. Das 1, was wir noch kriegen, ist hier. Nachladen, schneller, Nachladen, Kapazität, Schaden. Schaden würden wir, das ist die beste Variante, weil hier kriegen wir einfach zwei Möglichkeiten zum Mann. Wir kriegen mehr Kapazität und wir kriegen höheren Schaden. Besser geht es doch nicht. In meinen Augen jetzt die beste Wahl gewesen. Mal schauen, ob wir mit dem Ripper überhaupt viel anrichten können. Man weiß es nicht. Ja, wir sollen da raus. Gut, ich speichere trotzdem nochmal. Ich hätte das vielleicht davor machen müssen. Ja, ey, Freddy, ich will ja so viel. Ähm, ja, was soll ich schon sagen? So ist es halt. So, so. Ende. Und dann, hoffentlich. Wir müssen sie aufhalten. Wir müssen sie alle aufhalten. Okay. Schleuzer! Scheiß Handy! Oh, oh. Da bin ich. Und da ist es. Ja. Tut mir leid. Ich schieke leider recht. Wir sind gespannt. Aber ich sehe schon, ich kann da. Das ist natürlich. Ach, wie lecker sieht der doch aus. Und er hat ein Herzbruch reinschießen können. Komm, dann machen wir das doch. Ich sehe es schon. Komm. Shit. Oh, shit. Was ist das überhaupt gut? Aua. Mach ich das überhaupt richtig? Wo sind die Boss? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Haha. Ha, ha, ha. Okay. Boah, kann ich gut zielen. Juhu. Dummes Arsch. Drecks hier. Wo ist die Bossfight-Musik? Ich bin schon immer braun. Hahaha. Drecklich ist ein Quasch-Musik. Und Kleidung hat. Nein, ich will nicht. Ich will nicht in den Stuhl. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hilft ja alles nichts. So. So. Fortsetzen. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Er kommt leer. Nein, 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 nein. Nicht mich schütteln. Ja, die Brücke hat. Lass mich los. Na endlich! Aufladen! Schnell bei der Waffe! Er ist sauer, würde ich sagen. Ganz schön sauer. Ja, geht das gut. Einfach immer nur hin. Super! Ausfahrt! Nur weil du groß bist. Sechs Schüsse. Solange die Waffe nicht leer geht es mir alles egal. Oh! Oh, da hat er mich schon. Okay. Hunger, um es zu schlafen. Oh! Was bist du eigentlich? Was ist deine Funktion? Außer permanent mich nerven. So, du hast jetzt keine Weltinger mehr. Du musst jetzt... Stirn! Oder nicht? Hallo? Stirn! Jetzt noch ein Milieu. Okay. Oh! So, schnell doch mal! Ja, ey! Ja! Glaubt ihr das, was ich glaube? Scheiß auf den Marker, genau! Ja! Abhauen, Isaac! Verpiss dich! Und das Ding landet auf. Und der Marker ist zerstört. Hoffe ich zumindest. Oh! Ich krieg Gänsehaut, weil ich das, diese Ruhe, jetzt sehe. Oh! Dann dauert es nicht mehr wieder das Hähmchen ab. Es war ja lang genug. Diese Hölle. Haben wir auch wirklich nichts mitgenommen. Und was sind die im Negromus? Isaac! Ich bin's! Ich wünschte, ich könnte mit ihm... Tja! Das war's! Oh! So, es war nur ein Schatten hinten dran. Oder nicht? Oh mein Gott! War sie das? Und ich hab's hinter mir! Ja! Ah! Meine Güte, Leute, ey! Ohne Mist! Also das Spiel am Anfang echt der Hammer. Aber dann echt zum Schluss nur noch so nervig, ey! Und es hat mir wirklich eigentlich gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich bin einfach nur froh, dass das jetzt hinter mir ist. Boah! Es hat doch auch echt lange gedauert. So viele Folgen sind's gar nicht gewohnt. Also, so Standardlänge. Aber, ey! Es ist nur noch wie so ein... Kaum, ey! Nervig bis zum Ende. Allein, dass wir die ganze Zeit die Mission aufgetragen bekommen. Und irgendwie das Gefühl habt, ihr hockt da irgendwo sicher. Aber ich muss die ganze Zeit gegen die Negromus kämpfen. Und dann halt die ganze Zeit neue Mission. Ja, man war eigentlich nur noch genervt. Okay, jetzt muss ich da hin, jetzt muss ich da hin. Und was macht ihr? Ihr hockt da, oder was? Ja? Oh, ihr hört die Viecher? Ich sehe sie, verdammt! Mann! Mann! Ey! Ohne Mist! Und dann... Ja, eigentlich wäre es doch geil, wenn man sich bei... Oh, jetzt kommt noch eine Mission! Geil! Schön! Noch eins mehr! Zack! Aber zum Schluss war es halt echt nur noch... Und dann halt, wo ich dann doch mal pausieren musste und... Ja, quasi Gegner übersprungen habe, weil es einfach nur noch nervig war, die ganze Zeit da an der einen Stelle zu verrecken. Und die Viecher kommen halt nicht bei. Oder kommen dauernd bei. Okay, besser gesagt... Ey! Ne! Also gar wirklich bisher das schlechteste Spiel, was ich jetzt in meiner Let's Play Karriere gespielt habe. Weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte, dann noch Teil 2 und 3 zu zocken, ja. Das muss ich mir echt schwerstens überlegen. Ich glaube, den 3. Also den 3. Teil habe ich sogar noch gekauft. Den 2. Den habe ich nicht. Weil den 3. Teil gab es nur einem Sonderangebot. Deswegen konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und da war ich gerade kurz davor, Dead Space 1 zu zocken. Deswegen war der Fall klar. Und eigentlich habe ich dafür Geld ausgegeben. Deswegen ist ja auch da der Fall wieder klar, dass ich das theoretisch spielen muss. Ja, schön. Keine Ahnung, was da jetzt letztens mit der Facecam war. Ich hoffe, ich bin jetzt strahlend klar zu sehen und nicht schon wieder irgendetwas anderes. Wir werden es merken oder nicht. Ja, nervenaufreibend doch ein paar Schocker zum Schluss. Sehr zäh, dieses Dead Space im ersten Teil. Aber jetzt ist Zeit für Neues, für neue Projekte. Und da werde ich jetzt hoffentlich auch gleich mal starten. Je nachdem gespädert ist. Ach ja. Dead Space. Und es nimmt kein Ende. Kommt Dead Space 4? Ich weiß es nicht. Okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt in diesem nervenaufreibenden Spiel. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Was ist sogar vielleicht Dead Space 2? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es weiter. Und bis dahin. Macht's gut. Und tschau. Tchau. 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 Wer sich jetzt noch umdreht, ist selber schuld. Hier ist Freddy Furore und er macht Let's Plays, hast du das gewusst? Nein, nicht gut für dich. Ich krieg euch alle! Herr, Herr, auch dich. 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 Herr, auch dich.